Ihr auch? Ja, ja. Also schon ein bisschen länger her. Der, äh... Der macht Hamptenhilfe. Die sind jetzt nicht schlecht, aber die sind auch nicht so richtig krass. Ja, sowieso, Digga. Selbst wenn die krass werden. Ich würd's nicht machen, Digga. Ich würd's auch selber machen. Korrekt so, aber... Ich bin stolz auf die Sagen. Weißt du? Jungs, da kommen jetzt welche, gell? Niko? Ah, nur das. Ja, ich bin tot. Brauchst du Hilfe? Ja, Shad gehalten. Wo? Kannst du nicht mehr machen. One shot. Einer nimmt das Spike da drüben. Der ist schon nie gut. Jindo Berek, meine Freunde. Was geht ab? Heute eine neue geile Waffe in Warzone. Heute stelle ich euch die PPSH vor. Für mich ein super geiler Sniper Support. Allerdings nur auf Rebirth Island. Wenn ihr einen Sniper Support sucht, für Verdankst seid ihr hier falsch. Das sag ich vorab. Für mich die PPSH, super geile Waffe auf Close Range. Teilweise auch auf Distance. Nicht komplett, aber dafür habt ihr ja dann als Zweitwaffe für die Sniper. Für die Distanz. So. Viel Spaß mit den Highlights. Ich hoffe das Video gefällt euch. Falls ja, lasst ein Abo da. Hier unten. Abo da lassen. Genau da. Abo da lassen. Liken nicht vergessen. Hier ne. Spaß beiseite. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Dann würdet ihr mir auf jeden Fall einen Gefallen tun. Und einen weiteren Step in meine Zukunft gehen. So. Viel Spaß. One shot. Ich gebe bloß noch, warte, warte, ich gebe bloß noch, ich habe den Silence. Sehr schön. Puh, ihr habt beide einfach easy gesniped. Ich habe geklappt. Also noch mehr. Noch noch mehr? Ich habe da. Ich habe die Stunt. Ich busch. Ich habe das. Jo, das ist voll am Längen. Aua, wie jetzt. Da ist einer noch! Da ist einer! Warte, den hole ich mir! Gumi! Eins! Eins! Schade! Ich hatte nichts aus, lass ich ihn jetzt retten! Hinter mir! Ja! Er geht direkt in die Strasse! Okay, ich hole jetzt! Nein, hinter uns! Scheiße! Ja, Tatsache, ja! Vom Prison-Dach auch! Ich bin noch nicht drauf! Ja, okay, scheiß doch, ich bin tot! Zwei Stück, einer kommt noch runter, beide unten! Ich höre vier Leute, kommt schon! Ja, er, er! Auf da! Auf da! Auf da! Lass mal hoch, lass mal direkt hoch! Ja, immer nach oben! Mach Prizzi, mach Prizzi! Mach mal hier! Auf da! Aber die machen sich dann noch hier so mit, ich so! Achter! So! Punkt, die mir das auch schon! Ha! Ah! Wenn du anfängst, neu zu confidence werden, unsere Teams einfach so zu pushen, dann macht Rosen gleich 10.000! Er stürzt! Er stürzt! Hast du gemerkt? Weg! Unten bei mir noch! Er steht Brick! Schade! Oh, alle weg, Kinder! Wie viele Kills hast du gemacht? Fünf Kills! Gegner, Gegner! Hier sind noch welche! Nicht nur einige! Es ist schon ein paar mehr! Die Feinde sind hier! Von Wohlan! Er ist gedockt, dass er hat Waffenguld! Er hat bei mir Waffenguld! Er hat bei mir Waffenguld! Das mache ich eigentlich! Er hat schon geklärt, dass ich gar nichts habe! Da hat Hump, irgendwann! Wenn du, daschen dich doch für Christmas auf die Wozern, gell! Ja! Ich hab das halte schon vor, dann spür ich das auch Nog schämmiges yeah you teach how to play petan petan so meine freunde kommen wir zum klassen setup wie zockt die ppsh zockt mit mündung feuerdämpfer lauf sonderkommando lauf laser tigerteam scheinwerfer schaft zock ich den plünderer schaft und magazin zock ich das 55 schutz magazin so zock ich die ppsh kurz und knackig gesagt dazu zock ich die car wie zock ich die car schalldämpfer monolith lauf singart maß gefertigt letzter lauf laser taktischer laser variablen zoom und aus schaft zock ich ausgehöhlter schaft ja dazu als kaltmütig overkill eifrig flammendes wurfmesser und hedgehog sensor ich hoffe das video gefallen wie immer lasst ein like da lasst ein abo da und der grind ist real montag mittwoch freitag youtube uploads und mittwoch freitag streams jetzt tatsächlich habe ich hier noch mein fuß geballert hier kann sie sehen ich habe ein ich habe ein wie heißt diese scheiße im sprunggelenk habe ich ein kapselriss drin also am wochenende werden jetzt streams folgen weil ich kein fußball mehr habe so am wochenende werden jetzt öfter stream kommen die nächsten drei vier wochen also link ist in der bio twitch.tv slash wisinio wir sehen uns am mittwoch freunde kurs